Willkommen auf dem Campingplatz Eichwald, einem modernen Freizeitpark mit einer Größe von 100.000 Quadratmetern, völlig frei von Straßenverkehr und Autolärm. Das gesamte Gelände ist eingefriedet und ständig unter Aufsicht. Direkt vor dem Haupteingang steht unseren in der Nacht heimkommenden Besuchern für ihr Fahrzeug ein großer, beleuchteter Parkplatz zur Verfügung. Unsere Gäste mit Kindern können auf Wunsch direkt neben dem großen Spielplatz ihren Wohnwagen oder ihr Zelt aufstellen. Unsere sanitären Anlagen, übrigens im Winter beheizt, wurden modern und barrierefrei geschaffen. Selbst komplette Mietbadezimmer und eine große moderne Sauna stehen ihnen zur Verfügung. Bei uns finden Dauercamper und auch Feriengäste jeweils eigene Abschnitte und können dort ihre individuellen Wohn- oder Urlaubsbedürfnissen nachkommen. Im Camping Eichwald sind die rustikalen Mietblockhäuser bestens geeignet für Camper, die ohne Wohnwagen unterwegs sind. Drei unterschiedliche Typen von 20 bis 25 Quadratmetern Größe sind geeignet für maximal vier Personen. Das wunderbar angelegte Schwimmbad, direkt am Campingplatz gelegen, rundet ihren Campingurlaub ab und bietet Spaß für Groß und Klein. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017